Herzliche Grüße heute aus Kassel. Ich habe das Privileg, das besondere Privileg zu einer exklusiven Führung auf der Documenta 14 mit fünf weiteren Bloggern dabei zu sein. Was ist die Documenta und wer sind diese anderen fünf Blogger? Documenta ist die bedeutendste Kunstausstellung weltweit für zeitgenössische Kunst. Das heißt moderne Kunst, die aktuelles, sich mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Dingen auf unserer Welt auseinandersetzt. Heißt, Kassel ist für 100 Tage quasi Kunsthauptstadt der Welt. Und das merkt man auch daran, dass die ganze Zeit ein Lautsprecher hinter mir ist, den ihr nicht hört, der die ganze Zeit sagt, Ignoranz ist meine Tugend. Darüber könnt ihr jetzt erstmal nachdenken. Ich gehe die Documenta erst morgen los, aber wir haben Glück, heute schon zum exklusiven Spaziergang dabei zu sein. Und ich freue mich jetzt erstmal auf die anderen fünf Blogger. Jetzt kommen endlich die anderen aus Dresden und Leipzig. Kommen sie, guck mal hier, hier sitzt sie. Oh, 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 oh. Diese Bücher sind alles verbotene Bücher, die zu Nazi-Zeiten oder heute noch irgendwo auf der Welt verboten sind und nicht gelesen werden dürfen, weil sie gefährliches Material beinhalten. Zum Beispiel Harry Potter, Mickey Mouse und andere Bücher. Das heißt, was für uns selbstverständlich ist, ist für andere immer noch in dieser Welt zu dieser Zeit eine Utopie. Theo, wie ist es eigentlich für dich, dass Twilight verboten ist? Das ist eine Schande, das ist sehr traurig. Dieses Kunstwerk erinnert mich eigentlich an eine Szene aus Matrix, nur dass da keine Waffen sind, sondern Estrad, eine der gefährlichsten Stacheldrähte, die es überhaupt gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist übrigens die Größe eines normalen Flüchtlingszeltes, in der sechs Personen schlafen und leben sollen. Das passt für manche nicht mal in das Bett rein. Wir müssen, kommt Kinderlein, kommt, kommt, wir müssen, wir müssen. Nach so vielen Eindrücken und Kunst, obwohl wir gerade mal anderthalb, zwei Stunden jetzt drin waren, sind wir ganz schön voll und deswegen gehen wir jetzt erstmal essen, um neue Energie zu tanken und die zweite Runde, den zweiten Walk, den zweiten Spaziergang mitzunehmen. Wir müssen jetzt puten. Wir dürfen jetzt zeichnen, ich bin ganz gespannt, was wir alles zeichnen werden. Wir haben alle was unterschiedliches gezeichnet, obwohl wir die gleiche Beschreibung bekommen haben und so soll es eigentlich aussehen. Der Künstler ist auch sehr interessant, denn er mal nicht auf einer Leinwand wie normale Künstler, sondern, lasst uns mal dahinter gucken, auf alten Kartoffelsäcken. Habt ihr schon mal auf alten Kartoffelsäcken gemalt? Ich bin ganzérica. In das Hekelsäckert swear記得 6,618 Jahre. Ich bin ganz efter线, dass es ein sehr Angesland habe und was ich angepas especuliert. Ich bin ganz schnell zu Tinygame, weilته fühlt sich Photov trusted. Ja. Ich bin ganz normal, wie analyzed. Ich bin ganz cultivier Nash heterigert, sind bekanntlich, ist die Spongekarawat noch dass das珍. Einer Papa durchkleidet sich. Dänßen im Knöchern hindessen. quantum und nach Hause aus Aparten. Musik Was braucht ein Mensch überhaupt zum Leben? In diesen Rohren wurden Flüchtlinge von Griechenland nach Deutschland geschmuggelt, unter anderem. Und jedes Rohr ist befüllt. Musik Unsere Tour ist leider schon vorbei und wir müssen jetzt wieder nach Dresden und Leipzig zurückfahren. Aber wie ihr seht, Maureen, Sebastian und auch der liebe Matthew gehen jetzt nochmal schön Bücher shoppen. Wissen, wissen, wissen. Das war es von uns heute aus Kassel von der Documenta 14. Ab morgen geht es wirklich los, da könnt ihr auch dabei sein. Und wir fragen jetzt mal die Blogger, was die hier eigentlich so inspirierend fanden an der ganzen Ausstellung. So, es regnet und deswegen verstecken wir uns jetzt hier. Was war für dich, Annabelle, das Spannendste heute? Also das Spannendste heute war, dass man überhaupt keine Vorstellung hatte, wie die Documenta überhaupt so abläuft und so total geil überrascht wurde. Also es war ein wirklich sehr schöner Tag heute. Wir wissen heute, dass wir gemeinsam hier waren und uns alle gemeinsam ausgetauscht haben über die Kunstwerke, weil man doch selbst eher alleine durchgeht und das war total schön so. Für mich war der Künstler Stanley Whiteney ganz besonders toll. Vor allem in der Documenta-Halle, was wir da so gesehen haben, das war für mich besonders inspirierend. Ja und bei mir waren es die Spaziergänger einfach, dieser Kontakt. Die Documenta sehr, sehr gut gefallen, vor allen Dingen die Spaziergänge mit den Kuratoren, dieses Interaktive und dieses Offene und natürlich die Kunst, weil Earth without Art is just eh. Auch die Spaziergänge am besten, weil nämlich da konnte man Kunst nochmal in einem ganz anderen Kontext wahrnehmen, man konnte das gesellschaftliche, politisch einordnen. Wir haben sehr, sehr, sehr viel gelernt und müssen das jetzt erstmal verdauen. Also super inspirierender Tag, ganz lieben Dank dafür. So, das war's jetzt von uns. Wir sagen Bye-Bye und wir sehen uns auf der nächsten Documenta. Wuuuuh! Wuuuuh! Tschüss! Musik 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 Musik